Heute gibt es ein Unboxing und zwar natürlich zu nichts Geringerem als diesem Produkt hier, als dem Ledger Nano X. Der ist tatsächlich recht ähnlich aufgebaut, ja so wie der Ledger Nano S+. Der große Vorteil an dem Produkt ist, es ist etwas wertiger und hat Bluetooth-Kapazität. Ansonsten ist tatsächlich recht viel gleich und ich würde mal sagen, wir starten hier auch gleich rein in das Video, in das Unboxing von dem Produkt. Ich werde dann ebenfalls noch ein Setup machen. Dennoch kann ich natürlich nicht alles zeigen, denn das Produkt möchte ich auch selber verwenden, okay. Ich hatte tatsächlich Glück, dass das Produkt dennoch angekommen ist, ja. Denn rein theoretisch von der Abreise von Deutschland nach Dubai war es tatsächlich erstmal geplant, dass das Produkt gar nicht richtig ankommt, sondern erst einen Tag später. Und das wäre natürlich nicht so günstig, ja. Dennoch ist es tatsächlich einen Tag vorher angekommen, weshalb ich das Video jetzt natürlich machen kann, okay. Ein Mann ein Wort, wir machen heute das Unboxing-Video, wir starten gleich rein. Einfach ab, wenn dir das Ganze gefällt, supporte gerne mit einem Like, das würde mich freuen. Und ich würde mal sagen, ja, wir starten sofort ins Unboxing rein. Let's go. So, hier haben wir den Ledger Nano X. Ganz wichtig, dass du dieses Produkt nur auf der offiziellen Seite kaufst, nicht von Ebay auch schaust, dass das Produkt wirklich versiegelt ist, beziehungsweise zu ist. Das ist mir sehr wichtig, weil sonst kann tatsächlich die Seed Phrase hier abgegriffen werden, falls du generell noch nicht weißt, was ein Ledger Nano X ist oder tatsächlich auch gar nicht weißt, was der kann, was es für ein Zubehör gibt und, und, und. Ich habe extra eine Reihe dazu gemacht, gerne hier oben abchecken, ist verlinkt. Das hier bezieht sich ja natürlich nur auf das Unboxing. Vorab natürlich diese Information, weil die sehr, sehr wichtig ist, okay. Ansonsten ist ja alles sehr basic gehalten, ja, auf Englisch. Die Informationen sind eigentlich gar nicht so wichtig. Ich würde mal sagen, wir machen das Ding hier sofort auf. Gut, es hat länger gedauert, als ich eigentlich gedacht habe. Ansonsten, hier ist das Produkt. Wir können das rein theoretisch jetzt einfach aufschieben und da sehen wir das dann schon, ja. Ledger natürlich auch recht hochwertig. Das erwartet man, denke ich mal, auch, wenn das Produkt um die 150 Euro kostet. Es gibt natürlich noch ein Ledger Nano S Plus. Das Ganze ist nochmal fast die Hälfte günstiger. Die ganzen Informationen findest du natürlich in den anderen Videos. Heute geht es natürlich nur um das Unboxing. Gut, das können wir jetzt einfach abmachen und dann sehen wir tatsächlich schon, okay, hier ist der Ledger. Ja, der erinnert natürlich an den ersten Blick an einen USB-Stick. Und das hat auch einen Grund. Je weniger Technik, je weniger Kleinkram hier verbaut ist, desto sicherer ist es, desto weniger anfällig ist es für Hacks. Genau, ansonsten halte ich tatsächlich gerade das allererste Mal einen Ledger an der Hand. Und wir sehen, das Produkt sieht tatsächlich recht wertig aus und wir sehen tatsächlich auch, okay, so groß ist es gar nicht. Hier hinten steht dann noch Resilience by Design und Informationen, dass man es beispielsweise nicht in den Müll werfen sollte. Was, denke ich mal, vollkommen verständlich ist. Ansonsten haben wir einen Schriftzug Ledger und die Folie, die man hier dann auch einmal abmachen kann. Okay, drückst du hier auf den Button, dann beginnt das Gerät zu funktionieren, dann geht es an und dann wirst du reintrittst du schon komplett durch alle Schritte durchgeführt, ja. Welcome to Ledger Nano X, press the right button to continue. Und ja, das ist ein Button tatsächlich. Und so funktioniert das Gerät tatsächlich auch, ja. Links und rechts die Button, wenn du etwas bestätigen willst, dann musst du meines Erachtens doppelt draufdrücken auf beide, sowohl links als auch rechts. Bei mir flackert das hier gerade, das liegt daran, dass ich hier in 4K aufnehme wahrscheinlich. Und ansonsten sehen wir natürlich Download Ledger Live at Ledger.com, start, then press right. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt in den PC begeben und müssen uns die Ledger Live App downloaden, aktivieren, starten. Okay, hier sind wir wieder. Wir haben das Ganze runtergeladen, wir haben es geöffnet und das ist jetzt die Ledger Live App. Das steht dann bei uns, willkommen bei Ledger. Verwalten Sie Ihre Kryptowährung sicher von Ihrem Computer aus, dann gehen wir hier auf Erste Schritte. Dann können wir uns natürlich hier die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzrichtlinien durchlesen. Dann machen wir mal schnell. Dann wirst du natürlich auch gefragt, welches Ledger Gerät hast du nämlich. Es gibt natürlich drei Ledger Nano S, S Plus und Nano X. In meinem Fall ist es jetzt der Ledger Nano X. Und dann hast du die Wahl, okay, möchtest du dieses Gerät beispielsweise hier als Backup-Gerät nutzen, als Wiederherstellungsgerät, oder möchtest du es zum ersten Mal verwenden? Und wenn es natürlich zum ersten Mal verwenden wird, ja, dann gehst du hier drauf Einrichten eines neuen Nano X-Geräts. Dann werden dir weitere Grundlagen vorgeschlagen. Dann weitere Informationen, achten Sie auf Ihren privaten Schlüssel. Offline bleiben, ja, Nano arbeitet als Cold Storage Wallet. Das bedeutet weder Online-Preisgeben noch sonst was. Und weitere Informationen zu der Ledger Live App. Mit Ledger Live können Sie Kryptos kaufen, verkaufen, verwalten, tauschen, verdienen und bleiben dabei. Geschützt, Sie werden jede Kryptotransaktion mit Ihrem Nano validieren. Lassen Sie uns Ihren Nano einrichten. Wir beginnen mit der Einrichtung der Nano-Sicherheit. Packen wir es an. Gut, jetzt wirst du hier schon zu der Information weitergegeben, der beste Weg für den Anfang. Planen Sie 30 Minuten ein und nehmen Sie sich Zeit. Nehmen Sie sich einen Stift zum Schreiben. Bleiben Sie allein und wählen Sie eine sichere und ruhige Umgebung. Das ist natürlich, wie gesagt, explizit wichtig, weil wir hier diese Informationen hier richtig aufschreiben sollen. Wenn wir hier einen Fehler machen, ja, dann kommst du eben nicht mehr an deine Kryptos ran. Deswegen ganz wichtig, dass du dir die Zeit nimmst, die du brauchst. Dann gibst du ein, okay, ich bin bereit. Und weitere Informationen, bitte seien Sie vorsichtig. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen dieser App mit jedem Schritt des Vorgangs befolgen. Verstanden? Gut. Dann weitere Informationen, den Nano einschalten, durchsuchen, wen Sie als neues Gerät einrichten und den Anweisungen befolgen. Das heißt, wir müssen das hier per USB anschließen. Da es eh geladen werden musste, musste ich es also oder so anschließen. Dann durchsuchen. Das heißt, wir müssen jetzt mit diesem Gerät hier kooperieren. Die weitere Informationen, die jetzt hier steht, use buttons to navigate menus and lists. Press both buttons to select. Das heißt, wir müssen jetzt hier diese beiden Knöpfe drücken. Und dann geht es auch schon los. Okay, ich denke mal, diese Informationen, die danach kommen, sind alle selbst erklärend. Ich möchte das natürlich auch offline machen, ja. Deswegen würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Okay, wenn ihr an diesem Punkt des Ledgers seid, dann solltet ihr euch erstens mal einen Kugelschreiber zur Hand nehmen. Und dann siehst du hier natürlich auch, du kannst hier die modellieren, ja, so wie du es möchtest. Auf der anderen Seite könntest du dann zurückgehen. Und wenn du beide Buttons drückst, dann kannst du dein PIN-Code eben auswählen, ja. Das heißt, du hast natürlich die Wahl von 1 zu 9 und kannst einen PIN-Code erstellen von 6 bis 8. Kommen wir zum nächsten Schritt und zwar write down your recovery phrase. Jetzt geht es eben darum, diese 24 Wörter ordentlich und sauber aufzuschreiben. Warum ist das Ganze hier nur mit zwei Buttons? Und natürlich, weil es so einfach ist, kann da tatsächlich auch wenig gehackt werden. Ja, ganz wichtige Informationen. Die einfache Funktionalität ist eben dem geschuldet, weil es dann deutlich sicherer ist. Gut, wenn ihr das alles richtig eingegeben habt, ja, das hat tatsächlich bei mir eine Weile gedauert, dann steht das folgendermaßen da. Your recovery phrase is set, keep it in a secure place, okay? Schreibt euch die am besten mehrmals auf. Schreibt die am besten auch auf mehrere Blätter beispielsweise, ja, dass ihr da wirklich sicher seid. Aber da gibt es rein theoretisch von dem Konzept hier, es ist sehr gut gelöst. Ihr müsst es dann nämlich nochmal verifizieren. Und somit geht ja eigentlich auch sicher, dass ihr alles richtig eingegeben habt und sich da keine Fehler eingeschlichen haben, ja. Deswegen ist es eigentlich eine wirklich sehr sichere Variante, sehr sichere Möglichkeit. Ich bin gerade sehr glücklich, dass ich das hier hinter mich gebracht habe, denn ich bin eine Person, die macht das tatsächlich recht ungern. Naja, Sachen, die man eigentlich machen muss, wo man ganz genau weiß, hey, das ist notwendig für mich, da tue ich mich manchmal tatsächlich ein bisschen schwer. Ich bin froh, dass ich das jetzt hinter mir habe, ja. Deswegen, wie gesagt, jetzt steht hier, your recovery phrase is set, keep it in a secure place. Dann geht es weiter. If it's lost, stolen or forgotten, all your assets will be immediately lost, okay? Das heißt, das ist jetzt nicht bezogen auf diesen Ledger hier, das ist bezogen auf eure Seed Phrase, auf eure Informationen. Never shared with anyone, Ledger will never ask you for it, okay? Das heißt einfach, auf Deutsch übersetzt, ja, teile es mit niemandem. Ledger wird dich niemals fragen nach dieser Seed Phrase. Das heißt, wenn Ledger dich doch mal danach fragen sollte, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass es eine Fake-E-Mail ist, ja, die auf Phishing ausgelegt ist. Ganz wichtig, press both buttons to continue, einfach auf beide Buttons draufklicken und dann geht es eben weiter. Gut, die einzige Sache, die man dann eben noch zu tun hat, ist, seine Kryptowährung auf den Ledger drauf zu transferieren. Das machen wir dann, wenn, dann in einem anderen Video, wenn Interesse daran besteht. Da muss ich natürlich gucken, inwiefern ich das zeigen kann. Das heißt, da ist es auf jeden Fall nicht in Stein gemeißelt, ja. Aber dennoch kann ich auch einen Update geben, welche Kryptos ich auf dem Ledger draufziehe, ja. Wenn ihr das möchtet, einfach gerne auch in die Kommentare schreiben. Wenn sich das erfüllen lässt, werde ich es natürlich auch, ja, bringen auf dem Kanal. Wenn man auf diese beiden Button draufgeklickt hat, sieht man, your divide is ready. Dann war es das schon mit dem Video. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich hoffe, du fandest das natürlich interessant und konntest daraus was mitnehmen. Das war mein allererstes Unboxing. Deswegen war es natürlich auch von der Audio her ein bisschen komisch, sage ich jetzt mal. Denn diese Audioqualität finde ich sehr gut. Aber sobald ich mich ein bisschen zu sehr bewege, kommen sehr nervige Störgeräusche, was natürlich nicht Sinn der Sache ist. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr, wie gesagt, trotzdem alles mitnehmen konntet, was ihr mitnehmen wolltet. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, falls ich irgendwas vergessen habe. Falls ich noch irgendwas machen sollte, dann werde ich natürlich gucken, ob ich das hinbekomme, ja. Mit dem ganzen zensieren und so weiter und so weiter. Aber, ja, der Ledger ist soweit eingerichtet. Die Kryptos, die ich langfristig halten möchte und sicher verwahren möchte, die ich in Zukunft jetzt erstmal nicht plane, sofort abzustoßen, die kommen auf den Ledger. Ja, ansonsten war es das mit dem Video. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Peace out. Ja, das war es schon. Bis zum nächsten Mal.